Hallo, ein Video zum Thema, wie finde ich den größten gemeinsamen Teiler von zwei Zahlen? Ein bisschen anders. Es gibt schon ganz viele Videos zu dem Thema und ganz viele Erklärungen zu dem Thema. Warum mache ich also ein neues? Die meisten Erklärungen zeigen einfach nur den Algorithmus an sich, ohne zu erklären, worauf der Algorithmus basiert. Und ich finde, das macht den Algorithmus an sich oder das macht das ganze Merken an sich auch wesentlich komplizierter. Deswegen in der Hoffnung, hier ein bisschen bessere Erklärungen zu finden. Bevor wir damit anfangen können, müssen wir eine Sache klären und zwar dieses mathematische Symbol. Man kann zum Beispiel schreiben a und dann diesen Strich und dann b und das bedeutet a teilt b. Zum Beispiel 2 teilt 4, weil man 4 durch 2 rechnen kann. Oder 6 teilt 12, weil man 12 durch 6 rechnen kann. Das nur als Grundwissen vorweg, aber wir können das jetzt wieder wegmachen hier. Okay, jetzt zur Idee, den größten gemeinsamen Teiler zu finden. Wir bleiben mal hier oben rechts und wir wissen, wenn wir eine Zahl haben, wenn wir einen größten gemeinsamen Teiler haben, den wir jetzt mal x nennen und wenn x a teilen soll, also eine beliebige Zahl a und, ich schreibe es jetzt mal aus, und x soll auch b teilen, dann folgt daraus, x wird auch die Differenz von beiden teilen. Das ist, was wir wissen. Das ist gegeben. Das zu beweisen ist eine andere Sache, das überlasse ich euch dann mal, aber das ist die Basis, auf der der Algorithmus für den größten gemeinsamen Teiler basiert. Und das schreiben wir jetzt mal so hin. Wir machen das jetzt mal an einem Beispiel und zwar, wir suchen den größten gemeinsamen Teiler, wir machen das jetzt mal so, wie die anderen das machen, den größten gemeinsamen Teiler von 74 und 212. Okay, was bedeutet das? Wir bleiben jetzt mal bei dem Ding. Wir suchen also eine Zahl x, die teilt 74 und die Zahl teilt auch 212. Und wir wissen jetzt, diese Zahl wird auch die Differenz von beiden teilen. x teilt also auch 212 minus 74. Wir können auch gerne hier dieses daraus folgt machen, weil das genau dasselbe ist wie das hier oben. Wir wissen also, wenn wir eine Zahl x haben, die 74 teilen soll und die 212 teilen soll, dann kann sie auch oder dann wird sie auch 212 minus 74 teilen. Und das ist dasselbe wie 138. Das heißt, die Zahl x, unser größter gemeinsamer Teiler, den wir suchen, der wird auch die Zahl 138 teilen. So, jetzt wissen wir, und das ist ganz wichtig, das merken wir uns kurz, wir haben jetzt, wir suchen eine Zahl x, die soll die 74 teilen, die soll die 212 teilen, aber sie wird auch, das wissen wir, sie wird auch die 138 teilen. Und wir können genau dieselbe Regel jetzt einfach wieder anwenden. Wenn sie die drei Zahlen teilen soll, dann wird sie auch die Differenz teilen. Das heißt, sie wird auch 138 minus 74 teilen. Und wer gut im Kopfrechnen ist, der weiß, dass das 64 sind. Das heißt, die Zahl x, die wir suchen, die wird auch die 64 teilen. So, und jetzt können wir den Punkt auch mal hier hin machen. Wir wissen, die Zahl x, die wir suchen, teilt 74, 221, 138 und sie wird auch die 64 teilen. Und wir wenden einfach diese Regel immer wieder an und kommen dann, ich hoffe, es ist einigermaßen klar geworden, was hier passiert ist. Wir suchen uns einfach passende Zahlen aus. Wir können uns theoretisch beliebige Zahlen nehmen. Wir suchen uns natürlich die, die hoffentlich am einfachsten funktionieren. In diesem Fall wissen wir, unsere Zahl x wird auch 74 minus 64 teilen. Und das ist dasselbe wie 10. Das heißt, unsere Zahl x, die wir suchen, wird auch die 10 teilen. Jetzt wird es ein bisschen lästig. Und jetzt kommt auch ein bisschen das drin vor, was man dann auch im euclidischen Algorithmus immer sieht. Auch was hier oben schon klar geworden ist, wir können jetzt sagen, 64 minus 10. Also wird die Differenz, unsere Zahl x wird auch die Differenz von 64 und 10 teilen. Aber das ist ja jetzt, das wird jetzt 54 werden, dann 44, bla 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 bla. Und wir wissen, wir sehen hier jetzt schon relativ klar, da wird eine 4 überbleiben. Deswegen kürzen wir das hier mal gerade ab und schreiben 6 mal 10 mit ein bisschen schöneren 0. So, und das heißt, das ist dasselbe wie 4. Das heißt, unsere Zahl x wird auch 4 teilen. So, jetzt sind wir schon ein bisschen näher dran. Und wir machen wieder, wir haben wieder das Ding mit der Differenz. Diesmal nehmen wir uns die 10 raus hier, beziehungsweise diese 10 nehmen wir uns am besten raus. Das war blöd. Wir nehmen uns diese 10 hier raus. Ich mache mal den Punkt hier hin und den Punkt hier hin. Das sind alles Zahlen, die von x geteilt werden müssen. Und dann machen wir hier die 4, ziehen die 4 davon ab. Und wir sehen hier jetzt auch schon im Grunde, die 4 passt da zweimal rein. Also wir kürzen das einfach mal so ein bisschen ab, sonst ist das hier so viel Aufwand und der Bildschirm reicht hier auch nicht. Und das ist dasselbe wie wenn x 2 teilt. So, unsere Zahl x, die wir suchen, dieser größte gemeinsame Teil der Zeit, also teilt also 74, 212, 138, 64, 10, 4 und 2. Und eigentlich sogar noch ein paar mehr, weil wir haben ja hier abgekürzt. Das heißt, da sind eigentlich sogar noch ein paar mehr Zahlen drin, die wir benutzen können. Aber das soll uns alles nicht weiter stören. Wir machen einfach ganz genau weiter wie vorher. Und wir sagen, unsere Zahl x kann nämlich auch die Differenz von 4 und 2 teilen. Und auch hier kürzen wir das mal ab. Wir sagen jetzt auch 2 mal 2 schon direkt, weil wir wissen, da kommt dann nachher 2 raus und dann können wir wieder die 2 nehmen und dann wieder die 2 nehmen. So. Zu viel gelabert, nicht aufgepasst, hier muss natürlich 0 stehen. So. Und damit wissen wir, unser x muss alle diese Zahlen teilen können. Und jetzt sehen wir, dass das hier unser Ergebnis ist. Unser größter gemeinsamer Teiler ist die 2. Und damit sind wir auch schon am Ende. Deswegen möchte ich am Ende nochmal darauf aufmerksam machen, das hier ist die Zauberformel für das ganze Ding. Wir wissen, wenn eine Zahl, eine andere 2 Zahlen teilen soll, teilen können soll, dann wird sie auch die Differenz von beiden teilen. Und das wird einfach immer wieder hier angewendet. Wenn man jetzt den euklidischen Algorithmus lernt, dann sagt man, ja, dann musst du jetzt die Zahl hier nehmen und unten links hinschreiben und dann das nehmen. Das finde ich ein bisschen blöd. Ich finde, das hier ist ein bisschen wesentlich einfacher zu merken. Und erlaubt einem auch mehr Spielraum. Und dann schauen wir, was wir hier haben.